lufthansa verkauft nur noch teure tickets ist der a3 80er gekommen um zu bleiben oder ist das einfach nur ein lückenbüßer lufthansa aufsichtsrat möchte eine sondersitzung haben dann gab es eine tarifrunde beim personen bodenpersonal die einfach vertagt werden musste beteiligt noch lufthansa flynet hat eine neue app ja ich glaube ich habe alles fast alles na dann der herr hoffmeister der herr kosten auch heute wieder für euch beim lufthansa group update ganz klar abonniert den kanal macht die glocke an aber vergesst nicht zu kommentieren und zu liken ganz ganz wichtig die lufthansa verknappt das ticket angebot ganz markant der monat juli wird ein teurer monat für den der fliegen möchte warum ganz einfach die lufthansa möchte dass man ja umbuchungsmöglichkeiten hat es werden also wirklich nur noch die teuersten buchungsklassen verkauft und es ist eine maßnahme um den leuten zu klären nicht kaufen weiche satan kunde ja kunde bleibt weg ja krasse nummer krasse nummer das ist natürlich eine maßnahme die jetzt limitiert ist für eine gewisse zeit um wie ich ja sagt um die sitze frei zu halten und ja die lufthansa bestätigte das auch aus viel viel kreisen am freitag in den kommentaren sollen die änderungen in das system eingepflegt werden man hat natürlich massive kapazitätsprobleme das ist ja auch keinem da ja verborgen geblieben 3000 flüge erst 900 dann 2200 sind sogar 3100 flüge 95 prozent der flüge sollen aber durchgeführt werden man hat das ziel die gäste von der flugstreichung im prinzip so weg zu halten wie es nur geht aber es geht halt nicht immer und deshalb will man halt freie sitzplätze haben das zitat ist folgendermaßen um dies sicherzustellen hat das unternehmen die verfügbarkeit auf lufthansa flügen für neubuchungen im juli reduziert und man sieht halt auch preise wenn man so in die y klasse reinguckt von 1000 euro für ein return flug einfach wo man so innerhalb europas hin auch in der deutsch kann sowas passieren dann business klasse j das ist dann noch mal wesentlich teurer und was dann in meinen augen das besondere ist einfach warum macht man die bude nicht zu ganz einfach deshalb damit man umbuchen kann also wenn ihr umbuchen wollt und es würde keine buchungsklasse mehr offen sein dann könnte man auch nicht um buchen weil dieser flug nicht angezeigt wird jetzt sagt ihr ich will aber nicht den teuren preis bezahlen das ist auch richtig den müsst ihr auch nicht zahlen weil wenn ihr umgebucht wird interessiert ist ja nicht was der flug kostet ein kleiner nennen wir es einfach mal ein bonbon kann natürlich sein dass wenn man aus einer günstigen klasse kommt und dann umgebucht wird auf y oder sonst was dass man mehr meilen bekommt kann passieren muss nicht passieren ja aber das wäre so ein vorteil in meinen augen den man halt so sieht gerade wenn man so eine z klasse gebucht hat wo es nur 150 prozent gibt oder sogar nur p klasse mit 100 prozent ja und man wird dann umgebucht auf cdj beziehungsweise j ist ja nur offen dann gibt das 200 prozent an pünte also insofern sehr sehr gut und das wären damit nur 1,5 fach ein faktor das wäre ein regen vielleicht ist das für die leute dann einmal ein kleines bonbon um da mal positives aus dem fliegen im moment mitzunehmen dadurch dass nichtsdestotrotz ist das natürlich sehr geschickt nicht die preise zu verteuern um noch kapazitäten für ubucher zu haben die man ja reichlich hat also insofern ja es ist zeit unter druck passiert aber genau so ist das management unter druck und da kann man ja das erzählen weil er ist ja ein hier ein konzernkenner im allgemeinen und im besonderen sondersitzung auf der aufsichtsrat der lufthansa in dem falle die arbeitnehmervertreter haben eine sondersitzung quasi gefordert und die arbeitgeberseite also die kapitalseite hat dem wohl auch zugestimmt und nun wird es in der kommenden woche eine aufsichtsratssitzung geben wo sich die konzernleitung also der vorstand dann mal dazu äußern soll wie es im konzern im moment so mit dieser doch recht chaotischen situation aussieht wie es dazu kommen konnte denn es mehren sich halt die gerüchte dass das auch so ein bisschen eventuell mit management fehlern behaftet ist und der aufsichtsrat ist halt dafür da den vorstand zu kontrollieren und was halt ungewöhnlich ist dass das wohl zum ersten mal passiert ist eine solche sondersitzung aufgrund der der forderung der arbeitnehmervertreter und wir dürfen sehr gespannt sein was da am nächsten mittwoch so rauskommt bin sehr gespannt bist du auch gespannt ich bin gespannt wie ein flitzebogen man sieht mir auch die anspannung im gesicht förmlich an ich kann gar nicht mehr an mir halten so viele anspannung habe ich was mir aber mehr sorgen bereitet ist die anspannung der tarifrunde beim lufthansa bodenpersonal weiß ohne ergebnisse vertagt worden ist es gibt natürlich abfertigungsprobleme wir haben es gestern der sendung gehabt wir vorgestern gab ich habe eigentlich in jeder sendung gehabt und ihr braucht ja auch nur das interweb aufzumachen oder ihr braucht auch einfach nur bei irgendeiner nachrichtensendung das ding aufzumachen da kommt permanent irgendwas und das ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar und die zweite verhandlungsrunde in hamburg ist auf den 13 juli verschoben worden oder vertagt worden wie das heißt und man hatte zwar die forderung von verdi von 95 prozent gehaltsaufbesserung zur kenntnis genommen aber anscheinend war die lufthansa nicht der meinung dass man das machen möchte die verhandlungsführerin christine behle hat natürlich die belastung angefangen hat gesagt ja die leute und da brauchen wir uns jetzt wirklich nicht lustig machen auch wenn ich das manchmal vielleicht so ein lustig oder flapsig sage ich möchte diesen job nicht haben und ich hatte ja bericht und ich hatte ja auch davon berichtet dass leute ja auch da personal schlagen ein flight manager musste ja ins krankenhaus musste genäht werden mehrere von diesen check in automaten sind ja schon zu tode gekommen natürlich kein personal aber dann weißt du auch was mit personal passiert also das ist etwas was wirklich nicht geht und die gewerkschaft versucht das natürlich auf ihrer seite auch irgendwo auszunutzen 12 euro ist der mindestlohn und der soll halt wie das so schön heißt merklich merklich erhöht werden man möchte also auch mindestens eine 350 euro sonderzahlung haben und nicht nur diese 150 euro von dem ringeltaube shop als voucher hat ja davon berichtet wobei ringeltaube ist ja nicht unbedingt billig wobei der alkohol ist günstig also in so viel aber nun gut das ist jetzt details aber man muss halt den verhandlungstermin vorziehen ursprünglich war nun auf mit dem muli vorgezogenen termin erst für anfang august geplant gewesen weil man muss ja halt einfach jetzt ein verhandlungsangebot bekommen und ihr sagt natürlich zu recht was passiert wenn die nicht sich einigen mario dann wird es wohl streik geben und ich hoffe dass man zumindest auch keine waren streiks bis zum 13 juli macht und bitte nicht am 13 streiken das wäre ganz schlecht aber ich weiß gar nicht wie ich weiß gar nicht wie es mit der friedenspflicht aussieht ich weiß nicht haben die bis zum 13 juli friedens recht ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung aber ich wollte noch mal das thema kurz aufgreifen was du gesagt hast dass da mitarbeiter check in und sowas körperlich angegangen werden liebe leute alle die hier zuhören obwohl die die uns zuschauen das sind alles vernünftige leute aber sollte hier per zufall einer reinschalten leute an den check ins und wo auch immer tun grad ihr bestes damit das chaos kleiner gehalten wird die dort arbeiten können nun wirklich überhaupt gar nichts für die situation bitte reagiert euch nicht an diesen leuten ab lächelt ihnen zu seid freundlich denn die versuchen ja alles zu tun damit ihr irgendwie fliegen könnt also insofern ich kann den frust nachvollziehen mir selber ist es ja auch schon so gegangen dass meine flüge umgebucht und storniert worden und ich weiß ja auch nicht ob ich tatsächlich jetzt im sommer weg komme aber seid zu den leuten die am flughafen sind freundlich denn die helfen und wollen euch helfen und wollen euch in den urlaub bringen die können nur wirklich gar nichts dafür nehmt ein paar tropfen baldregal mit dem notfall oder kurzen beruhigt euch alles wird gut es lässt sich halt nicht ändern ich möchte dann noch einen spruch von mario umformulieren wer fliegen will muss lieb sein so ist es so ist es so ist es ja genau nein es ist einfach so also das ist also ich denke mal es gehört einfach zum guten ton da wir alle kultiviert sind freuen uns alle kultiviert und auch mit europäisch zivilisiert auf den a3 80 erst mal gehen wir mal noch mal das thema durch weil da auch viele fragen an uns gerichtet worden sind zum sommer 2023 kommen vier bis fünf flugzeuge in den dienst zurück die kommen aus dem sogenannten deep storage zurück deep storage heißt dass das flugzeug eingelagert ist um so verpackt zu sein dass nichts kaputt geht dass es wieder raus geholt wird aber dieses rausholen ist ein riesen prozess da gehe ich gleich darauf ein also auf jeden fall die kommen zurück dann gibt es noch bei der lufthansa weil ihr sagt die haben doch 14 stück wenn das aber nur so vier bis fünf sind dann haben die ja noch neun ja von den neun gehen aber auch sechs stück sukzessive zurück an die lufthansa schon an die airbus von der lufthansa an die airbus so was und das sind auch die modelle die mike charlie die mike foxtrot die mike india die mike juliet die mike mike und die mike november alles aus den produktions jahren 2010 2015 und die werden ab oktober 2022 bis november 2023 zurück jetzt sagt ihr was will airbus mit der bude machen airbus mit der bude wahrscheinlich gar nichts machen vielleicht machen eine hotelkette auf ich weiß es nicht ja es gibt ja dieses gerücht und der zweitmarkt ist ja auch eigentlich tot ja ich sage jetzt eigentlich weil jetzt passiert nämlich folgendes die lufthansa ist nämlich an einem leaseback nicht interessiert ein leaseback ist das was normalerweise fluggesellschaften machen die klamm sind das heißt also sie haben ein flugzeug sie verkaufen das und leasen das zurück von außen merkt keiner was man hat sich damit kapital geholt was aber in dem fall ein problem sein wird ist einfach dass die lufthansa an dem an der bude wirklich kein interesse hat so einfach so gut ja dann geht es weiter mit dem leaseback verfahren vielleicht gibt es andere ich möchte jetzt nichts sagen aber ich habe das gefühl dass das dass der bedarf an flugzeugen so groß ist dass da eventuell ein zweitmarkt entsteht ja warum weil es gibt im moment gar nicht so viele flugzeuge wie die leute brauchen china hat ja irgendwie 200 irgendwas a320 neos bestellt in den verschiedensten varianten jetzt lasst uns mal gucken auf die 380er ob das ob er gekommen ist zu bleiben ich hatte ja gesagt lufthansa überlegt ob man nicht einfach auch das interior erneuert ja so das koste also ich ich habe mich gestern ja mit recaro unterhalten und ich habe eine überraschung für euch ich werde es aber noch nicht sagen ich habe bei recaro gestern etwas gekauft also ja kombiniere worts und da hatten wir uns auch unterhalten weil ich so ein projekt habe und wenn ich irgendwann mal ein reicher youtuber bin und mario vollzeit bei mir arbeitet also das heißt er dann noch fehlen kann im studio und so dass er halt nicht so fernkurse macht da wollten wir so ein wollten wir halt was machen so und bei dem gespräch wurde ich dann so darüber informiert was so ein stuhl kostet und wir hatten uns über economy class unterhalten und ich dachte du ich wollte eigentlich kein first class kaufen also nie first class für den preis für die du die stühle kaufen willst kriegst du noch nicht mal einen sitz ich will aber nur ein mock-up haben also sehr sehr tolle geschichte lange rede kein sinn heißt einfach wenn sie das machen werden die flieger länger benutzt werden und natürlich leben dann totgesagte länger und dadurch dass sie halt diese lückenbüßer funktion wahrscheinlich nicht haben werden wenn sie den retrofit bekommen wovon ich in meinen gebeten immer ausgehe und ich bete dafür dass wir es aber kriegen bin ja strahle bin ja staatlich geprüfter katholik kann man das sein statt ich bin ich weiß also getauft zumindest gefilmt bin ich auch waren sie aber egal ja ich glaube ich habe alles außer ehe und toten und priesterweihe habe ich denn sonst alle sakramente ja sonst hast alle sakramente sind doch noch sieben aber lasst uns jetzt nicht nur die größten werden sondern einen neuen kanal machen viel flieger gottesdienst oder sowas ja auf jeden fall ist halt die nachfrage moment wirklich so groß und die lufthansa kriegt halt die 787 nicht an land und erinnert euch die 787 sollte ja im sommer kommen sommer ist noch ein bisschen aber so nach die gar nicht hör dir trapsen dann triple seven 20 25 schauen wir mal bis die kommt und diese zulassungsprobleme sind natürlich so dass lufthansa da ersatz schaffen muss jetzt geht es natürlich weiter andere fluggesellschaften haben dasselbe problem ja vielleicht vielleicht hat ja jemand dann bock mit den sechs flugzeugen was eigenes aufzumachen und british airways verholt die flugzeuge ja im moment wie nichts gutes also der 380er der fliegt ja und schrubbt stunden ohne ende also insofern ist das eine gute idee jetzt geht es aber weiter und das ist das was ich erzählen wollte wegen des akuten flugzeug meines sind die natürlich eingepackt und jetzt festhalten man braucht kontrollen um die flugzeuge rauszuholen von tausenden mannstunden ich rede jetzt nicht von annette mann sondern von wirklich von techniker innen und technikern weil da müssen wir ja richtig sagen es gibt ja auch frauen die den job machen gott sei dank richtig so lufthansa hat wie gesagt 14 piloten die das ding noch fliegen können ich hatte euch erzählt dass man jetzt über eine 350er lizenz aktiv wie das teilprächtigen machen kann mit zwei wochen simulator und dann ein paar starts und landungen dass man also mindestens 20 kapitän und erste offiziere braucht für eine bude ja das ist jetzt eine zahl die ich euch nennen kann insgesamt sind es 1000 so dann könnt ihr selber mal ausrechnen wenn du pro flieger 20 brauchst und du hast allein acht stück das ist ja die maximale anzahl die lufthansa bringt 160 leute ja heißt also dann andersrum dass du dann 840 kabine brauchst richtig so dann brauchst du noch mechaniker die eine zulassung haben dann brauchst du noch andere leute so mari und jetzt kommst du ja jetzt komme ich denke ich bereite mir mein type rating mal vor vielleicht auch mit einem durch die zu fliegen nein es wird es wird es wird tatsächlich schwierig und da kann man schon daran sehen selbst wenn man sozusagen genug techniker hätte sondern so eine kiste innerhalb von von vier wochen wieder flugfähig zu machen würde uns das gar nichts nützen weil wir bräuchten nämlich erhebliches personal um den a380 überhaupt betreiben zu können und das wird sich ein bisschen hinziehen und daher wird das halt erst nächsten jahr was werden und ich finde selbst das ist schon sportlich gerechnet und wir dürfen da sehr gespannt sein aber es gibt übrigens ja wohl auch noch einen anderen grund für sozusagen für ja den a380 und zwar der ursprüngliche grund warum man dieses flugzeug mal entwickelt hat nämlich bezüglich der der relativ wenigen slots die man hat und jetzt gerade in der krise kommt es halt kommt es halt auch wieder dazu dass man das ist natürlich einfacher ist eine a380 am flughafen abzufertigen als 3a 20er und insofern hat das flugzeug vielleicht auch aus der hinsicht wieder mit zukunft zumindest mittelfristig ich bin zumindest sehr gespannt wie es weltweit mit den a380 dann weiter geht und nachdem wir nachdem wir uns ja schon nicht vorstellen konnte dass die lufthansa das ding jemals wieder reaktiviert vielleicht fängt man bei airbus schon wieder an die produktionsstraßen einzurichten ich glaube das geht jetzt zu weit nein das geht zu weit aber man muss das halt einfach anschauen dass der benarfe einfach da ist dass der markt einfach da ist und das vor allem aber auch die aviation zahlen steigen und amsterdam flughafen zeigt uns ja mit trauriger impertinenz muss man sozusagen was die zukunft ist dass man halt von 500.000 flugbewegungen pro jahr die erlaubt sind 60.000 wegnehmen möchte auch 440 reduzieren möchte 1000 und das hat natürlich dann das problem dass man halt größere fluggerät bringt und last but not least aber das ist jetzt nur pan intended wenn man natürlich noch in y oder in j oder in f tickets bekommt dann rechnet sich auch der 380 also insofern bei den preisen das nur so als als randbemerkung aber das ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint was aber ernst gemeint ist ist dass es in den flugzeugen von der lufthansa internet gibt ich habe internet früher nicht vermisst im flugzeug jetzt vermisse ich es ehrlicherweise im flugzeug mario zeigt es auch halte es noch mal richtig rein und wackele nicht so wie so ein lämmerschwanz das ist die neue app und zwar ist diese app so sieht sie aus kann man das erkennen ja das gelbe da unten rechts aber du hast ja auch austrian priority pass was hast du noch muss ich mein standbild machen auf jeden fall auf jeden fall ist es so dass die flugzeuge mit wifi ausgerüstet sind manchmal ist es halt ein bisschen schmerzhaft um da reinzukommen manchmal klappt es auch nicht manchmal muss man ja auch einfach nur die die domain der webseite direkt drauf geben und so weiter und so fort aber es ist jetzt einfach so dass man jetzt mit bekannten log ins wie google apple oder mit malzern moore sich anmelden kann und dann geht der login auch mit der travel id der lufthansa group sobald man halt registriert ist und online ist stehen dann den fluggästen informationen zur verfügung das finde ich eigentlich auch geil ja man kann dann natürlich gutscheine einlösen oder aber auch logischerweise miles and more meilen das kennt ihr ja schon dann gibt es die möglichkeit den internet zugang bereits vor dem boarding zu kaufen das wifi paket wird automatisch in der app gespeichert und kann während des flugs eingelöst werden ohne dass man halt immer diesen durstlichen code da machen muss man hat mir den code ja auch in die app also in die wallet rein damit ich ihn habe und es gibt dann auch einen kostenlosen zugang und das ist in meinen augen das fast spannendere geht sich nicht um online shopping oder sowas aber ich finde man ab und zu mal diese wetter vorhersagen geil ich finde die tipps zum reiseziel geil und was ich besonders geil finde ist dass man wenn man kein entertainment system hat wie es in den 320ern und so weiter der fall ist dann kann man sich zumindest diese daten aufs handy ziehen das heißt also man weiß ungefähr wann man ankommt und so weiter und so fort deshalb finde ich das cool ja das ist eine super sache gibt es ja bei anderen fluggesellschaften schon länger bei united air canada rouge kenne ich das auch dass du dann auch ohne sozusagen im web zu surfen dann auch da aufs entertainment programm auf wetter informationen und sozusagen wenn du halt keinen eigenen bildschirm hast hast du auf deinem ipad die positionsbestimmung des flugzeugs alles abrufen kannst da finde ich alles ganz gut eigentlich ja ihr könnt ja einfach schreiben und in der kommentarspalte was ihr davon haltet welche themen ihr heute besonders interessant gefunden habt und ganz ganz wichtig natürlich vergesst nicht den kabinal zu abonnieren die glocke anzumachen und ein like da zu lassen danke dass ihr heute wieder dabei wart bei frequent traveller tv take off in der lufthansa take off sondersendung die wir jeden sonntag für euch machen diesmal war es auch gar nicht so schwer so viele lufthansa themen zu finden ich hätte noch mehr machen können ja aber ja ja wir sind ja etwas in dieser in diesen zeiten des chaos tatsächlich etwas monothematisch aufgestellt aber was nützt es es ist gerade das thema wobei ich eigentlich sagen wollte mario sind wir nicht in zeiten des chaos der ruhrpol für fliehflieger das sind wir ohne frage wir sind sozusagen die ruhe oase des fliehfliegers und insofern vielen dank fürs zuschauen und bleibt ganz ruhig alles wird gut mario eure konstante am sonntag ebenso wie der las wir als eisenkämpfer kämpfen uns durch für euch insofern danke nochmal für die 2000er schwelle wir sind jetzt mit schnellen stiefeln unterwegs 2500 ist das ziel ähm sonst wird mario geschlagen öffentlich in ähm ne berlin hat ja keinen flughafen deshalb bleibt ja so spart so oder in tege da werden ja gerade bomben gefunden das ist ja so üblich vielleicht müssen wir dann so ein bombkrater adventure machen sehr schön also macht's gut so tschüss jetzt bis dann und ähm ich mache mario mal weg hier tschüss